Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Pizzeria hat es heutzutage fast an jeder Ecke. Und Anrufe genügt, schon bringt sie einem den Kurier in wenigen Minuten nach Hause. Unschlagbar im Preis und rund um die Uhr offen ist allerdings nur eine Pizzeria. Die von Goldstar aus ihrem Goat-Pladen. Vorausgesetzt man hat rechtzeitig daran gedacht und seine Tiefgrühltruhe aufgefüllt. Zwölf feine Goldstar-Pizzen stehen zur Wahl. Mit verfeineren Rezepturen und neuen Geschmacksrichtungen. Von der traditionellen Pizza Margherita. Über die ganz neuen Pizze mit extra reichem Belag. Bis zu den Pizzen, die nach italienischen Originalrezept belegt. Und mit dünnen, vorgebackenen Böden herrlich knusprig riecht wie frisch aus dem Holzhof. Drei von diesen Pizzen, von jeder Gruppe eine, offerieren wir Ihnen jetzt zum Aktionspreis. Im Duo zwei Franken günstiger. Zum Ausprobieren und zum Auffüllen der Tiefgrühltruhe. Und zu diesem Kapitel gerade noch ein Hinweis. Alle Goldstar-Pizzen sind in Zukunft mit der Coop-Doppeldatierung für doppelte Sicherheit ausgestattet. Das erste Datum zeigt Ihnen, bis wann diese Pizza in unseren Läden bleiben darf. Nachher möchten wir sie bei uns nämlich nicht mehr sehen. Sie zu Hause haben dann aber noch drei Monate Zeit bis zum endgültigen Verfalldatum. Falls Sie überhaupt noch so lange warten können. Trotz all den Vorteilen von Goldstar will ja vermutlich niemand nur Pizza essen. Darum jetzt einen Blick ins Markenfenster. Der Vollbiologe ist Galactinos Best Burger. In Stäbchen schneiden, mit Curry bestreuen, in der Pfanne goldgelb rote, mit Currysauce vermischen, zusammen mit Reis anrichten und der Familie ein exotisches Menü servieren. Galactinos Best Burger à la carte. Normale Sleepy-Lagen können Sie nicht. DO-Sleepy-Lagen auch nicht. Jetzt gibt es eine, die das sauberen Gefühl vollkommen macht. Sie schliesst Geruch ein, ohne DO. All days, jetzt neu, als DUO aktiv. Mit neuer Auflage und neuem Aktiv-Kern. Feuchtigkeit und sogar Geruch werden aufgenommen und eingeschlossen. So ist das sauberen Gefühl vollkommen. Neu. All days DUO aktiv. All days sauberer. Den ganzen Tag lang. Immer grösser und vielseitiger wird bei GOPS Angebote an Produkte aus kontrolliertem biologischem Anbau. Das neueste Beispiel sind Naturaplan Crackers aus Dinkelschrot. Und dass sich diese Crackers für weit mehr eignet, weder nur zum Knabbern beim Aperitif, zeigt Ihnen jetzt einmal mehr Armin Amrain. Grüezi miteinander. Zu diesen leichten Crackers habe ich Ihnen ein leichtes Rezept mitgebracht. Kalbscarpaccio und Tomatenbasilikumsalat. Tomatenwürfel mit Basilikumstreifen mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Zitronensaft und Olivenöl abschmecken. Und den Tomatensalat mit den Dinkelcrackers zu Türmli schichten. Für Pesto 50g Basilikum. 25g Pinienkerne fein hacken. Und noch in noch Olivenöl beinfügen. Ebenfalls mit Salz und Pfeffer und ganz wenig Reiben und Parmesan abschmecken. Einen Teller mit Pesto bestreichen. Hauchdünne Kalbsfiletscheiben, die Ihnen der Kotmetzger gerne schneidet, darauf anrichten und die Filetscheiben ebenfalls mit Pesto bestreichen. Dann die Türmli mit den Dinkelcrackers drauf anordnen und mit Basilikum garnieren. Das Rezept steht auch auf der Teletextseite 555 und wer einen Anschluss hat, auf dem Internet. Und ich bin sicher, dass Ihnen das Carpaccio genauso schmecken wird, wie meine Gäste im Lecklöp. Ja, und was dann auf dem Bürgerstock recht ist, kann uns daheim ja eigentlich nur billiger sein. Schauen Sie doch, was wir diese Woche wieder für Aktionen für Sie bereit haben. Tomaten aus Belgien und Holland kosten per Kilo nur 2,20. Hinterschinken aus der Schweiz kommen sie über offen oder verpackt für nur 2,10. Schöne Granien ebenfalls aus der Schweiz kosten per Topf nur 4,50. Ausserdem gibt es bei uns verschiedene Wasser- oder Longdrinkgläser mit Dekor, je 3 Stück für nur 5 Franken. Und dann noch der Preisabschlag. 500 Gramm Kuchenteig en bloc kostet ab sofort nur noch 2,20. Und auch im Coop-Restaurant wartet man mit einem besonders günstigen Teller auf. Tortellini an einer Schinkenrahmsauce kostet dort nicht mehr als nur 89. Wo gibt es denn sonst noch heutzutage? Ein weiteres Angebot, das wir Ihnen heute vorstellen, kommt von Schweizer Bauernhöfen. Das Kalbfleisch offerieren wir Ihnen 20% günstiger. Wenn Sie von diesem Angebot profitieren, unterstützen Sie gleichzeitig unsere Schweizer Bauern. Soviel für heute aus dem Coop-Studio. Am nächsten Mittwoch sind wieder Gartenfreunde an der Reihe. Wir haben Tipps für einen bunten Sommergarten und dazu die passenden Angebote aus der Blumenabteilung. Bis dann eine schöne Zeit und auf Wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.